Herzlich Willkommen bei JoeFeedTV und dem Spiel Workers and Resources. Auf einer Vanillakarte, einem schweren Spiel Kosmonaut und der Fortsetzung von der sogenannten Grundausstattung, die wir in der letzten Folge hier vorgenommen haben, damit unsere Bauwirtschaft funktioniert. Und bewiesen haben wir das schon, indem wir hier eine Feuerwehr aufgebaut hatten, eine Feuerwache mit selbst ausgehobenen Löschteich, Hubschrauber, Landeplatz und zwei kostspieligen Hubschraubern, den großen und eine mittlere. Zum Löschen, weil wir wissen, dass die ungefähr im Umkreis von 2000 bis 2500 Metern aktiv werden können und Feuer löschen, sodass die dann in Zukunft hier auch an unserem Bauxitabbaugebiet wirken können. So, hier unten werden wir dann eine Waldwirtschaft erstmal aufbauen zum Zeigen und es geht jetzt weiter. So, für alle Leute, die natürlich nicht warten können, die können dann auch später und vor allen Dingen heute Nachmittag bei dem Hauptspiel mitzugucken, Green Island und dort auch weitere Fragen stellen. So, die Holzwirtschaft. So, da gehen wir jetzt erstmal hier drauf. Da ist nämlich Holz zu sehen. Dann hätten wir hier den Holzfäller-Posten. Und wie wir sehen, leuchten da einige Bäume grün auf. Und das ist der Wirkungskreis vom Holz-Posten. Und weil wir natürlich möglichst nahe an der Grenze sein wollen für den Export, wäre es euch ratsam, erstmal noch Platz für die Gleise zu lassen für später. Und den ungefähr so hier hinzusetzen. So, weil da unten an der Grenze leuchtet. So, und der würde auch von unserer Feuerwehr noch beschützt werden. So. Da hätten wir was. Da mache ich mal einen Schuss. Haben wir. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wir wollen ja auch eventuell noch eigene Bretter herstellen für unsere Bauindustrie. Dann kann man natürlich hier auch ein Sägewerk anschließen. Das Problem ist aber, es kostet am Anfang viel Geld. Das dauert ja auch wieder zig Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis man die Kosten wieder raus hat. Und wenn man sich das bei dem Export mal so anschaut, wird man merken, dass die Bretter ungefähr genauso vergütet werden wie Holz. Ja, da geht man hier auf diesem Zollgebäude hin. Da sehen wir hier, für Bretter bekommen wir die Tonne derzeit 12,5 Rubel. Und für Holz bekommen wir 8. Ja, Bretter ist mehr. Das Problem ist aber, wir gehen hier gucken, Holz. Du benötigst 180 Tonnen Holz, um 140 Tonnen Bretter herzustellen. Gleichzeitig brauchst du Strom. Na gut, den holen wir uns schon noch. Aber wir sehen, da ist ein Verhältnis drin, weshalb ja auch die Herstellung von Brettern mehr Holz kostet. Und somit rechnet sich das dann wieder gegen die höhere Vergütung. Zumal wir ja auch da mindestens einen Arbeitsplatz besetzen müssen mit einem Arbeiter, der uns auch Geld kostet. Also es ist eine Milchmädchenrechnung, wenn wir da jetzt groß sofort eine Bretterwirtschaft bauen. Des Weiteren ist die Frage, lohnt sich das dann alles per Lkw zu fahren? Hier vermute ich schon. Aber für eine ordentliche Lagerwirtschaft, damit das gut funktioniert, sollte man zwischen der Schreinerei und dem Lager im Prinzip ein, also dem Holzbosten, ein Lager bauen. So, das werden wir jetzt am Anfang noch nicht bauen, aber wir planen schon mal und setzen das, damit wir da später Platz für haben. Also wir räumen den Platz dafür frei. So, man kann ein kleines Freilager nehmen, dann hätten wir keinen Eisenbahnanschluss. Die Eisenbahn erleichtert einem vieles auf großer Entfernung. Ein großes Lager, später hat man genug Geld. Und dann bietet es sich eigentlich an, ein großes Lager zu bauen. Lieber hätte ich jetzt natürlich, wir hätten das hier oben hingebaut. Aber wir machen das jetzt so. Gut. Wir können spiegeln mit T. Und dann hätten wir jetzt da unten auch den G-Weg, aber ich spiegle wieder zurück, drehe mal so. Dann hätten wir jetzt hier ein schönes Lager. Auch Anschlüsse für die Eisenbahn. Zack, hat er nicht gemacht. Nochmal. So, und jetzt kann man hier auch die Schreinerei dran setzen. Also für den, der das sofort erledigt haben möchte und sagt, jawohl, Holzwirtschaft, super, das will ich machen. Für den eignet sich das dann so zu bauen. Und hier könnte man jetzt noch die Schreinerei dran setzen. Ein bisschen runter. Da kann man auch besser mit dem Weg arbeiten. Die Industrieanschlüsse, die ihr hier gesehen habt, die ermöglichen einem den Transport dieser Rohstoffe und verarbeiteten Materialien automatisch immer übers Lager und wieder ins Lager zurück und zu den Fabriken. So, man kann sich seine eigene Strategie einfallen lassen, wie man das am besten alles setzt. So, das wäre jetzt der Weg zur Schreinerei. Wir können aber auch jetzt hier direkt zum Lager so einen ordentlichen Weg hinbauen, damit unsere Bauindustrie da dran kommt. Wir könnten den Weg aber auch direkt nach oben hin machen, weil da unten wird nicht mehr viel gebaut. Aber wir wollen ja auch Holz exportieren. Es sind jetzt erstmal Nebenwege. Wir gucken dann, was später der richtige Weg ist. Und das wäre jetzt hier der Weg vom Holzposten für den Export zur Grenze. Kann man auch verkürzen. Man könnte jetzt auch Drecksdruck diagonal setzen, aber ich lasse hier extra noch bis zum Platz hier wegen den Gleisen. Und das wäre jetzt hier die Schreinerei. So, wir setzen Baus aus. Den Bau aus von dem Freilager. Wir wollen nicht, dass das gebaut wird. Das heißt, dann gehen wir hier auf das X drauf. Bau aussetzen. Dann wird das nicht gebaut. Hier machen wir genau das gleiche. Wird nicht gebaut. Das auch, zack, wird nicht gebaut. Und der Industrieweg ebenfalls nicht. Verkürzen kann man das, indem man einfach hier drauf geht. In der Bauwirtschaft drückt da drauf. Und jetzt braucht man nur mit der Maus klicken. Mit der linken zieht hier einmal drüber. Dann hätte der auch hier über alles das X weggemacht. So, hier ist jetzt unser Holzfällerposten. Wir wollen, dass der von uns hier oben schnell gebaut wird. Und weil das eine sehr wichtige Straße ist, werden wir die direkt auch in Kies bauen. Und werden einen Parallelweg errichten. Geht gerade nicht so gut. So, da haben wir es. Dann sagen wir hier direkt für unsere Bauindustrie. Die Straße baut. Und hier auch. Und es gibt Prioritäten. Da drücken wir hier hohe Priorität. Dann wird das zuerst gebaut. Damit hier der Anschluss da ist für das Gebäude. Damit das gebaut wird. Denn solange hier die Straße nicht fertig ist, kommt da keine Bauindustrie hin. So, haben wir denn hier überall automatisches Suchen drin. Jawoll. Ist überall drin. Bei unserer Bauindustrie. Passt. Hatten wir damals eingestellt, dass wir auch hier unseren Kies herholen. Genau. Das hatten wir alles letztens ja richtig eingestellt. Da müsst ihr die Folge 1 gucken. Da wird das dann gezeichnet. Man könnte jetzt natürlich noch eine Abkürzung bauen. indem man hier einen provisorischen Lebenweg noch schräg zieht. Den wir auch später wieder abreißen können. So, das können wir alles später wieder abreißen. Einfach nur so provisorisch. Abkürzungen sind doch immer gern gesehen. So, dann können wir schon mal laufen drücken. Jetzt wollen wir auch hoffen, dass die das schnell finden. Da haben wir schon. Da haben wir schon. Der erste fährt los. Der macht noch gar nichts. Ihr müsst aber auch. Da hat dann schon von selbst gefunden. Wunderbar. Noch fährt da keiner los mit Kies. So, wir haben ja auch hier beauftragt. Doch, da fährt schon der nächste Kipper los. Es läuft. Wir machen auch schnell. Nun werden wir hier direkt schon mal, damit die Holzfällerposten was zu tun kriegen, werden wir ganz viele Bäume pflanzen. Was nehmen wir? Kiefer, Buche, völlig egal. Es könnte sein, dass man vielleicht sogar mehr Pappeln als Kiefern und Buchen pflanzen kann, weil die einfach dünner sind. Ich mag Kiefern. Das sieht so schön aus. Das riecht ja auch immer gut. Das heißt, haben wir uns ausgesucht. Mit dem Mausrad kann man den Radius größer drehen. Und immer so schön hin und her zittern, beim Bäume setzen, wenn man so auf der Maus klickt. Weil dann pflanzt der dann auch ganz viel. Was man natürlich jetzt im Dunkeln nicht sehen kann. Aber ich weiß ja wie das funktioniert. So, derzeit können wir uns gar nicht groß ruinieren. Wir bauen jetzt nur hier diesen einen Holzfällerposten. Kaufen dann die Fahrzeuge dafür ein. Werden eine Buslinie errichten, wo dann die Arbeiter von der Grenze aus die Fremdarbeiter dann da hingefahren werden. Und werden noch eine Linie errichten für den Export. Wenn ich jetzt natürlich alles per Eisenbahn machen möchte. Ja, müssen wir jetzt noch ein Eisenbahndepot bauen und und und. Können wir ja nachher mal in Angriff nehmen. Hier oben ist ja auch die Westgrenze. So weit ist sie nicht weg. Oh ja, doch. Da haben wir sie. Da kann man dann auch noch einen Lehmweg hinziehen. Und dann könnten wir theoretisch auch eine Baufirma noch hier hinsetzen. Und dann können wir dann unser Geld, was wir hier als Dollars haben, verwenden. Zum Bauen, wenn uns das Geld hier mit Rubel ausgehen sollte. Wir könnten ja auch das Eisenbahndepot zum Beispiel hier oben dann hin bauen. So, da wo der Hubschrauber noch hinkommt. Der Löschhubschrauber von der Feuerwehr. So, was wir auch brauchen ist dann später Strom. Da können wir natürlich hier Strom importieren. Ziemlich einfacher Weg. Da ist ja hier die Zollgrenze. Und da müssten wir jetzt hier ein Umspannwerk zum Beispiel bauen. Wir setzen das hier hin. Oder hier irgendwo eine Grenze. Wir sehen ja, wo die Entfernung ist mit Strom. Und dann würde das damit Strom versorgt werden, wenn wir hier dann noch eine Umspannleitung legen. Aber es lohnt sich nicht immer überall Strom, also Umspannwerke zu bauen und Mittelspannungswerke und Leitungen. Wir können auch ein Windkraftwerk bauen und somit in so einer entlegenen Gegend den Strom für diese ganzen Gebäude hier direkt verwenden und nutzen. Dann setzen wir ein Windkraftwerk hier hin. Und dann würde das hier alles ausreichend mit Strom versorgt werden. Dann kostet natürlich auch wieder Geld. Ich glaube so 25.000 am Spielstart. Wo wir ja gerade sind. Ich baue das mal. Die haben glücklicherweise schon immer so eine Art Umspannwerk drin. Sodass wir überhaupt keine Leitungen mehr bauen müssen. Wir gucken mal, was würde der hier kosten? 0,77m Beton, wenig Asphalt, ein bisschen elektrische Komponenten. Also so ein Umspannwerk ist sehr billig. Das Windkraftwerk kostet schon 3 bis 4 mal mehr. 0,77m Beton. Das Windrad entspricht ungefähr dem Fünffache mir 17 Tonnen Stahl. Ja, also das Windkraftwerk ist schweineteuer. Das müsst ihr selber wissen. Aber man darf nicht vergessen, die Mittelspannungsleitungen und so, die gibt es auch nicht kostenlos. Und die müssen wir dann auch von hier nach da ziehen und wir müssen permanent Strom importieren. So, wie weit sind wir jetzt hier? Die Kiesstraße ist schon fast fertig. So, Windrad kann noch nicht gebaut werden, weil der den Weg noch nicht findet. Können wir ändern. So, da haben wir eine Nebenstraßenverbindung hingesetzt. Jetzt werden gleich unsere Baufirmen das Winden finden. Ja, wir sehen, wie hier permanent von einem unserer LKWs das Kieslager immer vollgefüllt wird von der Grenze aus. Natürlich kann man am Anfang, am Spielstart auch jetzt, wenn ein sondennahes Gebäude an der Grenze ist, den Kies direkt von der Grenze holen. Dann müsste man nicht zum Lager hochfahren. Aber man kann auch kleinlich sein und so viele Dinge machen hier im Spiel und sich damit beschäftigen, dass man dann nur ganz langsam vorwärts kommt. Wie wir sehen, wird hier gerade alles schön aufgeforstet. Die Bäume wachsen schön dicht. Der Holzfällerposten ist gleich da. Ja, hier im Spiel werden derzeit noch nicht so viele Bretter verwendet. Sonst hätte ich gesagt, auf jeden Fall sofort auch ein Sägewerk fertigstellen. Aber man kommt kaum in den Genuss, die Bretter zu verbauen. Allerdings haben wir einen Preisdeckel. Ab einer bestimmten Menge erhält man den Preis vergütet, der auch hier für den An- und Verkauf festgesetzt ist. Aber wenn wir die Menge überschreiten innerhalb von drei Monaten, dann bekommen wir weniger Vergütung für unsere Ware, die wir exportieren. Und dann fragt sich natürlich, naja, wenn ich dann nur so und so viel Holz exportieren kann, was mache ich dann mit dem anderen Holz, was ich doch auf Lage habe, wenn ich es nicht verkaufen kann und nicht brauchen kann. Da hat es dann Sinn, tatsächlich ein Sägewerk einzuschalten und auch gleichzeitig noch Bretter zu verkaufen, weil Bretter ja nicht gleich Holz ist. Hier laut Tabelle für Bretter kriegst du ein extra Geld. Darum haben wir das auch schon bei hier mit geplant, dass wir das berücksichtigen sollen. Unser Holzfällerposten ist fertig und kann jetzt schon so gleich arbeiten, wenn es Strom hätte. Hier hat er tatsächlich die Baustelle nicht gefunden. In dem Falle klicken wir das noch mal raus und wieder rein. Immer noch nicht, weil dieses Straßenstück hier noch nicht gebaut ist. In der Regel mache ich da immer Lebenwege, somit könnt ihr das natürlich dann auch mal sehen, dass man da immer aufpassen muss. Hier sind die Lebenwege. So, haben wir. Jetzt wird das auch gebaut. Priorisieren. Priorisieren. Hier oben. Bitteschön. Und dann haben wir auch gleich direkt Strom. Das war's für heute. Wie wir sehen, haben wir bis heute um die 10.000 Rubel weiter ausgegeben für den Holzfäller-Posten. Auftanken können wir den erst, sobald er auch Strom bekommt. Im Kosmonaut wird jedes Versäumnis sofort bestraft. Jetzt brauchen wir länger, bis wir alles aktivieren können. So und hier können wir auch direkt als Kiesweg bauen. So und hier können wir das Kiesweg bauen. So und hier können wir das Kiesweg bauen. So und hier können wir das Kiesweg bauen. Die Baustellenarbeiter, die jetzt hier sind, werden nur bezahlt, wenn sie auch die Arbeitsschichten erledigen. Also wenn sie tätig sind. Man sieht es hier ganz genau. So und das kostet jetzt Geld, wo er jetzt gerade hier arbeitet. Seine 8 Stunden und die werden bezahlt. Ansonsten, wenn er da jetzt nur so rumsteht, müssen wir nichts bezahlen. So und der braucht ja auch hier Wasser und Abwasser. Und das erledigt ja automatisch hier unser technisches Büro. Das haben wir ja letztens schon gebaut, damit auch hier oben bei der Feuerwehr Trinkwasser angeliefert wird. Das hat er und Abwasser. So und das Büro macht alles, was in seiner Umgebung und seinem Umkreis zu erreichen ist. Wie wir sehen, wir haben das auf 2000 Meter eingestellt und da gehört der Holzfäller Posten mit dazu. Und darum haben die auch schon Wasser und Abwasserentsorgung. Da haben wir ja damals hier zur Erinnerung gesagt, bitte alles kaufen hier unten im großen Zollhaus. Da wird Trinkwasser gekauft und Abwasser entsorgt. So, bald ist der Strom... Das Windkraftwerk fertig. Und ja, wir könnten jetzt schon die Fahrzeuge kaufen, aber die würden dann alle erstmal hier hinfahren und dann wieder raus und dann hier oben hin zur Tankstelle. Die wir hier letztens ja auch irgendwo gebaut haben. Da haben wir die Tankstelle. Und dann fahren die wieder zurück. Das ersparen wir uns, indem wir gleich erstmal hier den Treibstoff hinfahren und anschließend kaufen, weil dann bleiben die auch direkt da drin. So, und für den Holzfäller Posten brauchen wir hier auch ein Fahrzeug. Da gucken wir mal für die Arbeiter, welches Fahrzeug wir kaufen könnten. Gehen wir mal auf Hubel. Gehen wir mal auf Auto. Also erstmal auf Bus. Das ist auch immer mal interessant. So, und da haben wir natürlich Kapazitäten hier 7 Leute. Aber das ist tatsächlich zu viel. Wir brauchen eigentlich nur maximal 4 Leute. Und darum werden wir mal nach Auto gucken. Hier sind doch der persönliches Auto. Da könnten wir jetzt einen preisgünstigen Trabi holen. Schnell fahren können wir eh und je nicht auf den Straßen. Kaufen wir uns einfach mal so einen Trabi, so einen Trabant. So, der wird jetzt hier hochgefahren. So, das Windrad ist fertig. Und produziert schon Strom. Wir sehen, hier gehen die Lichter an. Der Holzfäller Posten ist bereit. Wir werden den jetzt erstmal auftanken. So, dann haben wir ja hier unsere große Tankerflotte mittlerweile. Da sind schon 3 Tankfahrzeuge drin. Zwei würden schon reichen. Vielleicht sogar einer. Aber zwei sind dann immer am sichersten. Wenn der eine aussiefert, dass wenigstens nur einer da ist. So, dann hier das blaue Plus. Eine neue Verbindung herstellen. Jetzt brauchen wir uns um nichts mehr kümmern. Jetzt wird der einfach aufgetankt. Zack. Nur einmal überprüfen. Entladen. Manchmal steht auch dann beladen hin. Und dann funktioniert das nicht. So. Laufen. Dann können wir parallel natürlich auch schon mal einen LKW kaufen. Für eine Lieferlinie. Da brauchen wir dann einen offenen LKW. Offener LKW. So. Gesamtkapazität. Da ist natürlich der SKD 706 RTTN offen. Unschlagbar. Der kann 13 Tonnen Holz aufnehmen. Das nächste wäre dann hier der T138. Das kann dann jeder selber ausprobieren. Was er mag. Wir nehmen jetzt mal hier den SKD. Okay. So. Da kaufen wir mal einen von. Da steht auch immer schön, welche Materialien man mit welchen Fahrzeugen transportieren kann. Sodass man nichts falsch macht. So. Pause. Wir sehen, dass der Tanker zurück kommt. Also wird hier auch schon ausreichend Treibstoff da sein. Genau. Dann werden wir im Holzfäller posten. Kaufen wir die sogenannten LKWs um Holz zu transportieren. So. Und je mehr der laden kann, umso schneller arbeitet der auch. Weil wir können ja auch noch maximal drei Nutzfahrzeuge reinsetzen. Und aus dem Grunde ist natürlich am besten, ich spiele so. Ich nehme den T138. So. Davon kaufe ich jetzt drei Stück. Und der ersetzt mir auch. Ja. Genau. Drei Stück. Eins. Zwei. Drei. So. Ne. Kann man nichts falsch machen. Ne. Hier gefällte Baumkapazität. Das heißt, der kann das aufnehmen. Zwölf Tonnen. Aber wir haben ja auch noch nichts zu transportieren. Wir brauchen also Arbeiter. Dafür errichten wir eine Buslinie. Beziehungsweise eine Linie für die Arbeiter. Jetzt kann man dann entweder sagen, wir fahren die direkt da hin. Oder wir bauen hier so eine kleine Bushaltestelle hin. Wo er pendelt. Und dann laufen die dann da zu Fuß hin. Und her. Der Vorteil ist, wir verbrauchen weniger Treibstoff. Allerdings pendelt er eh und je hier hin und her. Und somit können wir den Treibstoff hier gar nicht ausreichend sparen. Das funktioniert gar nicht so. Wir werden das jetzt mal einfach einrichten. Eine Linie. Eine Buslinie. Vom Zoll. Zum Holzfüllerposten. Neuer Stopp. Zoll. Holzfüllerposten. Dann kann man das hier oben mit R umbenennen. Und dann nennen wir das dann Holzarbeiter oder Waldarbeiter. Kann man machen wie man möchte. Waldarbeiter. So. Setzen wir drauf. Und jetzt werden wir das Fahrzeug draufsetzen. Linie auf Fahrzeug setzen. Und das Fahrzeug haben wir gekauft. Das ist hier der kleine Trabant. So. Da können wir jetzt zum Beispiel eine Feineinstellung vornehmen. Und zwar sagen nur Arbeiter. Studenten nicht. Passagiere nicht. Touristen nicht. Die nehmen wir alle raus. Das machen wir hier auch. Boah. Und bestätigen das Ganze. Und jetzt fährt er los. Nein. Fährt er nicht. Wir müssen ihm erst einen Startschuss geben. Hier oben. Die Startfahne. Jetzt fährt er los. Seine Linie. Seine Linie. Die können wir beobachten. Indem wir hier auf dieses Auge gehen. Und fahren da einfach mit. Wir haben auch schon Post bekommen. Dann. Der Weltmarkt bricht zusammen. Oh ja. Wir machen auf schnell. Und da sehen wir. Der hat jetzt vier Arbeiter mitgebracht. So. Und damit hier nicht unendlich viel Arbeiter losgehen. Und da angestellt werden. Und uns Geld kosten. Reduzieren wir das hier auf maximal drei Leute. Seite. So. Wie wir sehen. Minimum ist fünf. Dann gehen wir hier auf diese beschriftigte Stelle drauf. Machen Mausklick. Und dann kommt ein extra Fenster. Und da können wir jetzt die Feineinstellung machen. Drei Arbeiter. Die sind jetzt hier drin. Und fangen an zu arbeiten. Wie wir sehen. Da sind sie schon dabei. Und fällen Holz. Und sobald genug da ist. Wird auch der Lkw losfahren. Hier. Da sammelt er schon das erste Holz. Und das kommt an. Jetzt können wir natürlich unser erstes Holz verkaufen. Ich mache mal kurz ein Zwischenspeichern. Wollte man immer mal so zwischendurch machen. Wie wir sehen. Hat uns auch das Windrad und Fahrzeugkauf und alles. richtig Geld gekostet. So. Jetzt noch eine neue Linie. Die Lkw-Linie. Neue Linie erstellen. Hier. Neuer Stopp. Holzfäller Posten. Holzfäller Posten. Zur Grenze. Bestätigen. Und die nennen wir dann um. Und sagen dann. Holz Export. Schuss. Und. Linie auf Fahrzeug setzen. So. Den haben wir ja schon gekauft. Da steht er. Dann können wir dem hier auch direkt den Startschuss geben. Und dann laufen wir los. Ganz schnell. Der muss noch einen Umweg fahren. Der kann auf den Nebenwegen nicht so schnell. Weil hier die Straße noch nicht fertig ist. Aber wir sehen auch hier, dass unser Wald richtig schön schon gewachsen ist. Und wir müssen jedes Jahr. Am besten immer mal so ein bisschen mit dem Baumwachstum oder Pflanzwerkzeug hier drüber fahren. So. Was wir noch vergessen haben. Bei unserem Lkw ist folgendes. Hier haben wir ja die Linie. Das Fahrzeug. 12 Tonnen geladen. So. Und da werden wir jetzt noch eine Feineinstellung vornehmen. Aber das machen wir grundsätzlich hier. Bei der Hauptlinie. Sonst macht er eine Parallellinie auf. So. Das klicken wir hier drauf. Und dann sagen wir in Zukunft. Du fährst nur noch los, wenn du voll bist. Und sonst kostest du uns unnötig Sprit. Das heißt warten bis beladen. Und er soll auch nur Holz laden. So. Entladen braucht er da nicht. Nehmen wir raus. Man kann auch richtige Lieferketten aufbauen. Dass man sagt, auf dem Rückweg soll er dann an der Grenze vielleicht noch Fertigplatten mitnehmen. Und in dieses Lager stecken. Und von da aus dann wieder zum Holzposten fahren. Also man kann richtig effizient wenig Fahrzeuge einsetzen. Das ist aber auch ein Spiel wieder wo jeder sich selbst entscheiden muss wie er es macht. So. Beladen. Ist ja nicht. Sondern er soll exportieren. Also entladen. Und dann kann man auch rein drücken warten bis entladen. Was er an der Grenze ja auch immer macht. Aber es gibt ja Stellen wie Lager die man selber hat. Die dann mal irgendwann überfüllt sind. Und dann steht der Wagen da und blockiert die Einfahrt. So. Und bestätigen. So. Beladen 100%. Entladen 100%. So. Jetzt fährt er weiter. Demo schön wie der hier alles entlädt. Und wie wir unser erstes Geld verdienen. Das war unser erstes Geld. Jetzt verdienen wir Geld. So. Der Lkw der hat natürlich jetzt den Nachteil. Hm. Wenn er jetzt tanken muss. Fährt er hier oben hoch zu der Tankstelle. Ist natürlich ein ganz schöner Umweg. Irgendwo war hier die Tankstelle. Da. Wir könnten jetzt aber auch sagen. Wir machen hier noch unten am Grenzposten eine Tankstelle hin. Und dann würde der da hin fahren. Machen wir. So. So. Da gibt es ja ein paar kostenlose. Wir müssen nicht immer direkt schon die große fertige bauen. Wir können jetzt hier einfach hier so eine kostenlose hinsetzen. Dann würde der hier auch tanken fahren. So. Die muss natürlich auch befüllt werden. Da werden wir wieder hier unser kleines kostenloses Vertriebsbüro engagieren. Dann drücken wir hier einmal auf Plus. Einmal hier drauf. Zack. Fertig. Äh. Überprüfen. Ja. Er entlädt. So. Jetzt müssen wir natürlich hier überprüfen. Wann ist das Lager voll? Reicht ein Lkw oder wäre es besser zwei zu holen? Jetzt haben wir schon den zweiten Lkw voll. Das heißt wir könnten jetzt mit zwei Lkw eigentlich arbeiten. Das heißt es geht nach. Also geht es um diese Königösen haben. Hier unter N paar Prozent eth道 der Hand oluş Haitiere. Vielen Dank.